Wir haben einen Tag mit Basti. Wir sind heute zu Gast im Bamberg. Wir freuen uns ganz, ganz stark. Wir spielen hier heute in Maasbräu. Wir machen einfach, was uns gefällt. Weil das werden meistens die schönsten Abende. Wir waren schon zweimal da. Es waren wirklich schöne Abende. Wir machen immer nur, was uns gefällt. Kein Programm, einfach spielen. Besonders am Maasbräu im Bamberg sind die Räumlichkeiten. Das gute Bier. Ich wollte gerade über die Räumlichkeiten noch mal reden. Der Biergarten ist auch Wahnsinn. Das Bier ist perfekt. Das Essen ist gut. Der Chef ist... Der Chef ist der Rockstar und der Brauer. Genau. Das muss man auch sagen. Gut, das passt vielleicht. Aber er hat noch gehört, haben wir Pasti Bier gebraut. Das muss man kurz erinnern. Und da wird es Zeit. Und da wird es Zeit. Das alles, das auch ... Und da ist kurz apple, oder? Und da ist kurz, will ich noch nicht wo? Inner andra, muss man meant wo? Und die, muss man ja nicht wo? Und da wird das inspectors. Ganz schön. Vielen Dank.